mann genau mann wir kommen zurück ist zwar nicht mann sondern auch drei buchstaben ja nick hat sich regeneriert und auch rehabilitiert wir machen mal da weiter maio kriegt weiter sachen in den arsch geschoben es war so tief rein dass er drinnen dort dran lutschen kann aber aus den hals raus ja traurig aber war hallo toll hast du blau ja das ist schön hab ich blau ich verteile auch mal ein paar karten haben wir allerdings alle was von besonders gert wieder ja das meine ich nehme mal nix nix war es aber nicht nix ja ich fand eigentlich meine karten ganz gut lass mich mal ja immer nick ne kann da nicht park hat mehr schaden nicht ja doch die von benny habe ich auch noch nicht gesehen das geht noch auch gert ich will doch gar nicht deswegen was du denkst ich schätze dann noch mal aus überhaupt kein problem ich gebe am ende dir ich habe auch versprochen nur schrott auf der hand also ich muss nicht drücken ja ich auch nicht weil ich hätte gerne weil die kriegst ja eben gleich hast du denn jetzt grün ich habe dafür aber interessante tolle karten ach dann wünscht dass ich gelb ja da hast kein gelb habe ich nicht das ist doof ja das ist richtig das tut mir auch ein bisschen leid mir nicht Bye jaja joa pech joa pech weiße wir brawda 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 zeig mir mal die da zeig mir mal die da oder war das seiner oder der von dem da Ich will ja Bomber sehen Ja, so besonders sind die jetzt auch gar nicht Was ganz Nettes dabei, aber ansonsten Wenn die so uninteressant sind, hätte ich die gerne bitte wieder Ich habe keine Lust, mich dem Trend zu beugen Hat jetzt von uns drei eigentlich jeder seine Karten wieder, oder? Nee Dann müssen wir zwei nochmal tauschen Nee 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 Oh Nichts Brauchbares Jetzt hat er eine Plus 4 gezogen. Ne, eine Plus 4 ist es nicht. Die hätte ich gelegt. Ne, du natürlich nicht. Du wartest, bis sie mich trifft. Nein, ich habe wirklich keine Plus 4. Sicher? Ja. Ganz sicher? Ja. Ich mir nicht. Ich möchte aber auf Nummer sicher gehen. Ja. Doch, Joa. Ja, sag ich doch. Ja, macht ja nichts. Jetzt trifft es leider Benni. Korrekt. Jetzt hatte ich eine Plus 4. Böde Mist-Sau. Ich habe gesagt, ich habe keinen. Du wolltest unbedingt nachgucken. Kann ich doch nichts für. Die hast du nicht. Das ist richtig. Aber ich habe die gleiche. Mario hat keinen grünen, hast du gehört? Das habe ich gehört. Ja. Das habe ich auch. Aber, aber. Korrekt. Hast du denn Gelb? Tatsächlich. Gelb hat er Bescheid, ne? Ah, Gelb hat er. Der hat hoffentlich jetzt auch. Hast du noch mehr? Nee. Oh, ist aber doof. Dann nimm doch mal so ein paar. Ja. Ja, und jetzt mit wem tauschen? Mit dir. Mit mir? Nett. Ist eh nur noch Müll. Ja, genau. Mach dir mal. Ich gucke mir das einfach nur zu und gewinne. Ich gucke mir das nur zu. Ich gucke mir das nur zu und gewinne, genau. Feiner Deutsch, du heiser Sau. Da reint er wieder raus. Schon wieder Gelb? Hatten wir was anderes? Ja, blöd. Hatten wir blöd? Ja, hatten wir blöd. Alle, die blöd? Ich finde das aber besser. Oh, nee. Nee, das ist ganz blöd. Das ist auch gut. Das ist wieder gut. Blöd. Nimm ich auch. Hast du noch eine davon? Nee, leider nicht. Ist schlecht. Na, so schlecht ist das nicht. Nimm mal den. Sehr langweilig. Benni, hast du mal eine? Nee. Doof. Ich glaube, das. Oh. Das ist blöd. Nimm mal das. Kann der Gerd denn da mitmachen? Oh. Oh, die habe ich. Reichlich. Ah, kann ich auch noch. Ja, die ist gut. Rot. Ja. Warum rot? Rot ist die Liebe. Ja. Rot ist die Liebe? Ja. Ach, hab dich doch mit jemandem anders lieb, ey. Das ist scheiße. Dann liebe ich diese Garten. Ja, toll. Weißt du? Ich lebe noch zwei drauf, weil ich so herzlich gut bin. Ach, Mendo. Ach, Mendo. Wow. Ja, Benni. Netter Versuch. Gib wieder her. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Jetzt habe ich aber zwei Grad weniger. Ja. Oh. Hoffnungsvoll war ein Nick jetzt auch. Ich dachte, du war es weniger Karten. Habe ich auch gedacht. Benni, was hat denn jetzt? Jawoll. Auch du hast eine richtig gute Farbe gewählt. Ach ja. Kriegt jemand richtig gut. Ja. Aber wir dürfen gerne bei grün bleiben. Das ist völlig... Nee, für immer nicht. Ja. Nee. Finde ich. Doch, doch. Nee. Gut finde ich besser. Okay. Also grün finde ich noch gut. Blau wäre scheiße. Aber gut. Okay, also wechseln wir auf blau. Du sagtest, äh, rot wäre gut, ja. Ah ja, dann wechseln wir selber auf grün. Ah ja. Ja, ich habe doch gesagt, grün ist gut. Blau wäre scheiße. Für Nick. Nee, für Wendy. Gut, ne? Ja. Ja. Ja, doch, jetzt blau gefällt mir mittlerweile auch immer besser. Ah, da habe ich dann jetzt aber auch wieder. Da habe ich so viel von, da kann ich euch tot mitschmeißen. Das ist gut. Alter, das ist doch nicht euer Ernst. Doch. Und zurückrücken, wieder blau. Oh oh. Ob das richtig war? Fuck, das Geld kann er schon mal nicht haben. Das ist richtig. Hm. Boah, ja klar. Ach komm, guck mal deine Karten da her. Ja, mach mal. Lach mich so kacke. Ja, danke, cool. Ja. Was macht ihr hier mit uns? Nick, es tut mir leid. Aber aus machst du nicht. Das macht ja gar nichts. Ja, alles klar, alles klar. Ja, zack. Hm. Weißt du, hebt ja auch extra auf für mich. Oh Mann. Ah ja. Kann ich über, kann ich über. Das ist gut. Über können ist wichtig. In der Tat. Übernehmen mal. Übernehmen, nicht übergeben. Wie, da gibt's Unterschiede? Ja, Mayo hat das auch nicht so ganz verstanden. Stimmt wohl, ja. Bra, 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 bra. Ich finde, Benni hat noch Platz auf den Fingern. Ich finde, ihr beide da rechts oben habt auch noch Platz. Das ist wahr. Dafür zum Beispiel. Kein Problem. Oh, das ist schick. Ah. Das ist sowas von schick. Das ist Trischick. Tribja? Ja, Trischick, nicht Tribja. Ah, Halibut Pommes frites. Ja, Halibut Pommes frites. Paraplü, wenn's regnet. Ah, der ist noch ne gelbe. Ne, ne blaue, okay. Hahaha. Du hoffst jetzt, dass ich blau und ziehen muss, ja? Muaah. Hab ich gehofft. Häng mal noch eine dran. Joa, hol mir aus. Gut. Oh, ich hab schon wieder XP bekommen. Ganz viele. Und nen neuen Sprecher. Aha. Sprecher? Ja, Medaille. Äh. Ja, wunderbar. Ich dachte schon plötzlich, stände Jan Hofer hinter dir. Nein, aber der gibt dir schon mal zwei. Ne, das seh ich anders. Das ist gut. Mach mit. Ne. Mach's mit. Ne. Hahaha. Ach, Mensch. Oh, komm. Damit Benni direkt mal Karten abbauen kann. Hahaha. Damit er wieder was drauf packen kann, meint er wohl. Würde ich nie nicht tun. Nein. Ach, wie komme ich denn da drauf? Weiß ich nicht. Ich auch nicht. Oh ja, das ist gut. Das ist très chic. Ist es das? Ich weiß noch nicht, was du gegen Benni hast, aber naja. Prada, 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 prada. Da waren sie, die Schweißperlen. Was? Gerhard Games und Bahnen hatte keinen Roll. Ich hatte nur noch zwei Karten. Ich hatte nur noch zwei Karten. Was? Nick Temsa hatte keinen Rot. Geht doch. Ja. Oh. Ja doch, das geht. Gelb. Lauf, Häselchen. Lauf. Renn um dein Leben. Renn um dein Leben. Ja, aber bitte in die Richtung. Ne. Dann bring dem Nick bitte Geschenke mit. Das ist nett. Ja, ne? Ich schenk sie gleich auch was. Wie lange ist, weil ich ein Problem mit meinen Karten? Ja, dann ziehst du mal ein paar, dann hast du kein Problem mehr. Das geht noch. Du hast doch gesagt, du hast ein Problem mit meinen Karten. Bist du halt mal fertig? Wenn du so fragst? Ne. So, ich mach erstmal so, ne? Jo. Was gibt denn da? Alter. Nur fair. Da liegt blö. Nick hat auch ein Cheat. Dann überlegen wir mal, was du machst. Ich möchte behaupten, Nick hat erstmal auch ein Cheatcode. Ich weiß, was ich mache. Hast recht. Ja, genau. Deswegen hast du ein Cheatcode. Ja, die nehme ich. Ja, die nehme ich. Ja, mit den Karten bin ich zufrieden. Kann mal einer die Runde gerade drehen? Ne. Dann mach ich's halt selber. Gut. Dann lass mal gucken. Hm. Blöde Idee. Das ist jetzt blöd. Ja, toll. Äh, ja. Hat ja lange gehalten. Ah. Ah, cool. Karten kenn ich doch. Das ist schon mal gesehen, ja. Au. Haben wir's jetzt bald? Ne, da passiert noch ein bisschen. Ja, das war's noch nicht. Ne. Dann mach ich mal mit. Da wird's eben schon mal zurück, ne? Darf er ja nicht mehr mitspielen. Ja, okay. Oh. Nein, das wollte ich nicht legen. Wollte mal wow sagen, ne? Na ja, ist nicht so wild. Na ja, ist nicht so wild. Der hat jetzt gesagt, ist nicht so wild, ne? Gut. Hat er gesagt, habt ihr alle gehört. Ja, ist auch richtig. Die kriegst du ja am Ende wieder, das ist ja das Schöne. Das hat das Schöne. Bleiben ja nicht mal im Besitz. Und dann hab ich gewonnen. Ne, das seh ich anders. Ne, in der letzten Folge hab ich gewonnen. Hm, mal gucken. Hättest du mal besser nach unten rechts geguckt. Ah ja. Das spielt mir aber gerade tatsächlich in die Karten. So wie eigentlich immer, wenn du UNO spielst. Weil du nämlich ein Lacker bist. Gott. Mhm. Wie? Wer zuletzt dacht, Benni. Wer zuletzt dacht. Ja, ja. Adio. Was hat er jetzt? Tja. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Ich habe Träschig. Ne, Gerd? Mhm. Kannst du dir auch nicht mal verraten, weil ich es mir wiederhole gleich. Okay. Das stimmt, das wird er tun. Ja, ist kein Thema. Ich weiß zwar nicht, was du gegen Benni hast, aber naja. Ach. Ach, ich bin wieder dran. Ja, ja. Hä? Ich hol sie mir wieder, wenn gleich die passende Farbe kommt. Ja. Da war sie. Äh. Ich nehm mal die. Das hat sich nicht gelohnt. Zumal ich mir die jetzt eh wiederhole. Ja, das ist kein Problem. Aber das rentierte sich mehr, als wieder Gerd zu nehmen. Gerd. Gerd. Ja, gebe ich dir jetzt auch recht. Oh. Hm. Ja. Ich möchte mir die auch mal gerne angucken. Nein, möchtest du nicht? Benni, mach was. Ja, gib Nick zum Beispiel eine 4 ziehen. Ne, das macht überhaupt keinen Sinn gerade. Doch, doch, das ist ja sehr sinnvoll. Nein, macht es nicht. Weil Gerd dann nämlich gleich Ende macht. Okay, weil du dann nämlich gleich Ende machst. Ach, Quatsch. Ich kann auch nicht mal was dagegen tun. Ich würde ihn höchstens raushalten bei einer dünnten Farbe, aber das war es auch. Ja, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.